Das Thema meines zweiten Vortrags betrifft das Gemeinschaftliche. Also wie kann ich es in einer eigentlich im Wettbewerb Kunden-Lieferanten-Beziehung befindlichen Situation schaffen, Synergien zu finden. Wir alle machen Digitalisierung, wir alle kennen aber nur unsere Daten in unserem kleinen Silo. Wenn ich es jetzt schaffe, einen Teil meiner Daten mit meinem Mitbewerber zu teilen, habe ich einen deutlichen Vorteil. Ohne sozusagen den Nachteil zu bekommen, dass ich mich komplett entblöße. Und das ist eigentlich der Trick. Wie schaffe ich es jetzt vom Betreiber der Anlage zum Anlagenhersteller, zum Sensor- oder Aktuatorhersteller so viel Offenheit zu bekommen, dass wir alle von den Daten profitieren, aber nicht so viel zu verraten, dass ich mein komplettes Know-how rausgebe.